Ey Jungs Ja? Video fängt an Lama Squad Lama Squad Lama Squad Wir sind unterwegs und wir haben einen Plan geschmiedet Jan fliegt Jan fliegt mit 8 Volt gleich da rein Leute holt 2 Eier oder 3 und fliegt sofort wieder raus Weil 8 Volt ist halt einfach Übrigens er heißt 8 Volt weil ich mich versprochen habe aber das passt jetzt wenigstens zu ihm immerhin ist das viel schneller aber hat keine Ausdauer Aber das korrigiert Warum ist bei meiner Leiche ein Rechs? Da ist der Drache oben Was wo? Rechts Weißt du hier sind 2 Rechse und dahinter ist doch der Drache gell? Junge bei meiner Leiche ist ein Rechs Wo ist meine Leiche? Ja hinten mit dem Drachen glaube ich Das ist nicht so voll Fertig beschnitten Lock mal den Drachen weg Dann kann ich mir eine Items holen Ah ja hier hinten es leuchtet Ist der Drache noch da? Oh Gott der ist da bei meinen Items Du dummes mieses Drachenviech Dein Vogel ist nur ein One-Hitner Ich bin aber so 2 Milliarden mal schneller Ist der hinter dir? Ich sehe ihn nicht Oh nein Ey kann man sich umarm uns gerade hören? Gib mir meine Items Und jetzt schnell weg So dann geh mal runter freund Oh Gott Viel Spaß Sie können sich ja beiträglich falsch machen Ich bin Wenn ich da reingehe ist mein Vogel definitiv tot Meiner hat doch erst recht Du bist aber schnell Du bist aber schnell 弄ß dich schon hier Beide, oder will denn, du Wer soll denn, sie wollen ja jetzt libertieren Ja, ich frage vor Ihr Beides Jetzt werden die ganzen Skins wieder droppen, Digga. Ich mein, das ganze Fleisch ist vergammelt, Alter. Ich hab 5 Stacks dabei. Jetzt hab ich noch 2. Und? Schon fündig geworden? Ich kann hier nicht weiter. Du bist zu weit weg. Muss ich runter kommen, oder was? Nein. Weiter in die Richtung des Drachen? Nein, hier zu mir. Ich seh dich nicht. Ja, ich funke aus der Höhle raus, hier. Junge, hör auf zu ruckeln, du Drecksgame. Da geh ich nicht hin, da ist ein Drache. Wieso fliegst du da runter, Alter? Du musst hier, hallo, guck mal, siehst du mich in der Luft? Hier, hallo. Ach da, da ist ein Drache, da geh ich nicht hin. Du fliegst nur auf dem Land hier oben. Du brauchst nicht runter zu gehen. Ist doch im Ordner, oder? Mhm. Okay, jetzt guckt also schon mal so ein Giga, ein Drache. Ich dachte, was wirklich da stimmt und da steht ein Giga, aber das war dann doch nur ein Langhals. Ja, ich hab's auch gedacht. Nicht ehrlich. Sobald ein Drache kommt, bin ich weg. Oh Gott! Die Legs! Nein, die Legs! Schlimm, du! Schlimm! Hast du ein Ei? Weil ich sehe ein Nest. Siehst ein Nest? Mhm. Mit ein bisschen Blitzweibern. Du bist aber doch schneller als das Vieh, oder? Darum fliegst du, alter Haulshit. Ah, das Schwimmchen! Jo, wie viel, wie... Das ist das grüne Vieh, was unter der Brücke war. Genau den hab ich gemeint. Muss beim Haus bleiben, oh fuck. Oh fuck. Junge, ist das Ding schnell. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Freddy! 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 Ich hasst in diesem Bereich! Ich hasst in diesem Bereich! Ripp, mein Vieh! Volt! Ich bekomme es unten in der Höhle. Oh oh! Wenn du... Hol dir ein Ei, Junge! Hast du überlebt? Ich bin ganz anders überlebt! Ich bin gleich tot! Der Drache will mich anders nahe nehmen! Läufst du da unten? Ja! Ich hab's gesehen! Gegen einen Giftweiber! Okay, neuer Plan! Also, das war's dann wohl mit 8 Volt! Also, das war's dann wohl mit 8 Volt! Ich konnte nicht weg, weil du Wichser, diese beschissenen Rangers! Ich hasse das! Also... Ich hab ins Nest runtergeguckt und hab instant... Hast du ein Nest gesehen? Ja! Soll ich dich da vielleicht absetzen und du sagst mir, ob da ein Ei ist? Klar, gerne! Warte, ich hab' nicht gesehen, gerade. Das dauert das nicht, ne? Ich hab' nicht gesehen, ich hab' nicht gesehen, ne? 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 Der sieht so scuffed aus! Ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, ob mein Vogel blutig wäre, wenn er es wäre! Wenn da jetzt gleich ein Drache rauskommt, ne? Dann bin ich am Arsch! Das war schon ein bisschen, oder? Ah, ne, das war da hinten! Da, wo du vom Drachen verfolgt worden bist! Siehst du da unten? Äh, Galimimus, bist du dumm? Da unten, geradeaus! Geradeaus, siehst du das? Das meinst du? Warte, 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 warte! Wenn du jetzt, wenn du jetzt, stell' dich hier an die Kante und dann geradeaus runtergucken, da ist doch Holz, oder? Das ist doch ein Nest da vorne! Das ist ein Nest, ja! Aber ich kann halt nicht, ich weiß halt nicht, ob da jetzt ein Ei ist oder nicht! Okay! Let's go! Ja, versuch' mal! Überlebst du das? Weiß ich grad echt nicht! Ich glaub' nicht! Schade! Okay, ich bring' dich glaub' ich doch nicht zum Nest! Da wird grad ein... Da wird grad ein Blitz... Ein Volt-8-Motor... Und einem Beifern verfolgt! Genau davor! Ich hör' irgendwann den Volt-8-Motor einfach nur auf Leben zu gehen, Digga! Mann, Volt-8! Mann, Volt-8! Du bist als Held gestorben! Du warst noch so langsam! Du warst so unnöfisch! Du warst noch so langsam! Ich könnte es auch nur auf Geschwindigkeit ziehen, wenn es für den XP ging! Junge, du wärst so schnell von dem Wifern weggekommen! Das war kurz zum XP gegen Spaß! Wenn der Wifern da weg ist, dann würde ich... Dann würde ich es auf die... Dann würde ich es gerne riskieren! Und dich da unten abzusetzen! Aber der Wifern ist leider nicht weg! Der ist genau da unten! Ich will nicht doch noch das Leben meines Vogels riskieren! Der Wifern ist grad nur nach hinten geflogen! Siehst du noch irgendwie einen anderen? Nee, grad nicht! Komm her! Klar, schnell! Der Weg fährt! Du musst mir callen, wenn ein Wifern kommt! Was neun! Sperny! Du wärst so nn dummen Kopf! Habe ich dich getroffen? Hab ich dich falsch runtergebrochen? Oh, das Ei! Nein, Held, hör auf mich zu blockieren! Du bist ein Paston Vieh! Flieg Junge, flieg hier, flieg, 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 flieg. Danke. Du bist verfolgt. Ich weiß. Ich hab ihn gekillt. Warum mache ich mir Sorgen um Wifans? Ich kann mich hier gleich umbringen, warte. Oh nein, das ist ein Poison Egg. Die sind scheiße. Weißt du, da kommt ein Eier, da ist es so beschiss. Ich hab, die Poison Eggs sind der größte Müll. Also ich mag die nicht so. Ich find Blitzwiferns richtig geil. Ja, ich mag Feuerwifern und Blitzwifern am meisten. So. Digga, diese scheiße wiegt 50. Giftwifern, Eltern, Giftwifern, Level 23. Also ich mein... Ich hab die Wifern geklatscht. Vielleicht... Du willst, dass ich vielleicht stark gerade? Ja, so ein bisschen, aber das ist nicht gut. Push dich, Junge, push dich. Ich hab beide Eier zwei Level durch den Wifern gemacht. Ah jo, erstmal Leben und Schaden reinstehen was. Ne, ich hab ihn, äh, Gewicht. Oh, wir sind gerade bei der Wifern, wir lösen auf Gewicht. Ja, eben. Genau deswegen level ich auf Gewicht. Weil mein Vieh einfach schon durch ein Ei fast überladen ist. Also ich hab keinen Nesten mehr gesehen. Ja, es ist weiter nach hinten. Geh, hey. Aus. Du musst schon tief auf ihn davor bleiben. Siehst du irgendwas? Da krieg ich gerade aus vorne. Soll ich weiter nach unten? Oh nein. Da kommt ein Drache. Kannst du hinter mir gucken? Hm? Ja, da kommt der. Komm her, ich mach dich kaputt, Junge. Ich bin die Chops. Ich hab's gesagt. Nee, jetzt flieg weiter. Bisschen weiter oben, du. Du Spass. Bisschen weiter oben. Ich muss eh nach oben. Ich hab keine Ausdauer mehr. Der Kampf in der Luft war ein bisschen ausdauerziehend. Ach du heilige Scheiße. Wo kommst du mir, seht her? Ach du Scheiße. Der Drache hat dich ja komplett auseinander geruppt. Ich wurde schon die ganze Zeit glücklich auf den anderen Drachen. Du hast Schottschild gespielt. Das war sehr mutig von dir. Ja, sehr gerne. Alter. Okay, Agentar, du kriegst alle elf Level in Angriff. Okay, nicht ganz. Sag doch am besten Kampf. Ich fülle die aber anders. Das Vieh macht jetzt, mein Vieh macht jetzt elf, äh, macht viertausendprozentigen Nahkampfschaden. Ich hab gar keine, gar, gar, gar keine Angst, ne? Wirklich gar, gar keine Angst, ne? Gar, gar keine Angst. Gar, gar, gar keine Angst. Ich sprang grad wieder. Ja, ich merk das. Bist du schon wieder gestorben hier oben? Keine Ahnung, ob ich gestorben bin. Mir liegt das noch. Ach so, ja, das braucht ihr echt lange, ne? Ja, no shit, man. Was geben diese Wifans eigentlich? Schwefel. Interesting. Was ist in dem? Was ist hier drin? Giftkralle. Nehme ich mir einfach mal mit. Ich weiß zwar nicht, was die bringt, aber nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Das Vieh ist jetzt so schön. Ach, Digga, Rohsfilet ohne Ende. Braucht doch kein Mensch. Danke. scar像. Befeilt ja nicht. Ach, Digga, tschuldet. Warholmed ja nicht. Warholmed ja nicht. Kannst du mir helfen, rohes Filet zu droppen, bitte? Darf ich dann auf das Vieh drauf? Weiß ich nicht. Warum hat mein Vieh so viel Benommenheit? Holy shit. Mein Vieh kriegt da Benommenheit gerade dazu. Ähm, liegt einfach daran, weil er denkt... Äh, wie hast du? Ist ne Giftheine da. Junge, warum hab ich so viel Filet? Weil Gift würde das mehr Sinn machen. Okay, ich denke, das reicht erstmal nicht, dass der Server nachher anfängt zu ruckeln. Guck mal, wie viel hier liegt. Ja, ja, drop einfach weiter. Ja, warte kurz. Hör du dann weiter. Aber flieg bitte nicht zu niedrig, wenn du es verstanden hast. Warum muss es jetzt... Das sind Leute hier unten, da sind nicht zwei Höhen. Ja, aber da ist kein Nest drinne. Schade. Warum muss es jetzt Nacht werden? Oh oh, da oben ist unser Erzfeind der Feuerwifern. Mach mir einfach kaputt jetzt. Klar doch. Jetzt fliegt er wieder weg, weißt? Das war ziemlich... Ich wollte... Das machst du bei mir auch hier. Ich wollte ihn gerade angreifen. Jetzt fliegt er weg. Guck ihn da oben. Du bist ein Feuerwifern, kein Eiswifern. Kann ich nicht einfach... Den kann ich diesmal drauf. Ich mitnehmen. Also ich habe meinen Loot. Du hast keinen Loot dabei. Wenn ich sterbe, ist das nichts... Ist das schlimmer, als wenn du stirbst. Ähm, darfst du mich hier nochmal absetzen? Hä? Schatte dich bei mir! Ja, scheiße, ne? Hä? Schon wieder! Weißt du, wie es sich jetzt fühlt, ne? Du musst jetzt kurz wieder landen, weil du hast keine Angst. Dicker, das ist doch scheiße. Mein Vogel ist Skaft. Die Welt ist Skaft. Du bist Skaft. Alles klar, diesmal hat er dich gar nicht erst gegrappt. Land einfach. Und wenn du noch nicht anfängst, dann loszufliegen. Du behindert auch. Ich habe nur X gedrückt. Ja, ganz einfach. Wieso, wieso tust du dich los? So, wehe, du wirst jetzt wieder weggebackt. Ich hasse dieses Spiel dann. Ne, ich werde nicht weggebackt. Jetzt sind auf einmal zwei Drachen hier oben. Was soll das? Wieso willst du jetzt zu denen? Ja, da unten. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Wieso nehmen sie mich da mit? Dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen rechts, ja. So. Na da. Alter. Alter. Sorry. Sehr gut. Verdammt. Kannst du? Das ist leider keine 93. Okay, ich muss hier raus. Mein Vogel hat Hälfte leben. Auf der Seite war auf jeden Fall kein Ei. Ich hab's definitiv gesehen. Er geht jetzt weiter runter. Ja, will ich nicht. Mann, mit dir eiersammes Scheiße. Du bist einfach kacke. Ich bin nutzlos, ich weiß. Ja, ist einfach so. So, 10 Level. Ach stimmt, wir haben meinen Tag. Hey, Freddy, wollen wir das sehen? Ich bin nicht. Schnauze. Ich hasse es die ganze Zeit so krass, TP zu werden manchmal. Was ist denn auch schon? Och, mein Vogel ist nicht mehr scuffed. Wui. Aber dafür extremst blutig. Wir sind grad fast jetzig verloren. Der hat 1000 von 3000. Was, der hat 3000? Das sind 3000 Meter. Hä? 1000 von 3000. Wir fliegen nochmal grad zurück, vielleicht haben wir da nochmal Glück. Aber ich will ehrlich gesagt... Du musst aber auch relativ unten fliegen. Das ist dir schon bewusst. Und ich will nicht... Man merkt das wie... Leute, man merkt deswegen, dass Freddy fast nie da überhaupt dort hier war. Ich hab noch nie in Ragnarok einen Drachen getamed. Ich hab ihn mir immer gefreut. Ich hab einmal Ragnarok bisher gespielt oder zweimal. Ich hab immer Forst-Tame benutzt. Immer. Ich hab die immer durch die Eier geholt. Ich hab viermal gedauert. Vogel hör auf die Kacke. Ich hab' ja für sich Lotto gespielt. Nee, ähm... Ja, hier... Da unten liegen noch ne Drachenleiche. Du musst Drachen callen, ja. 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 Oh nein, war aufzulägen. Jetzt geht's hier viel weiter vor ihm. Da vorne ist ein Feuerdrache. Für den Feuerdrachen habe ich aber glaube ich nicht genug Leben. Ich glaube, der kommt, oder? Ich gehe mal kurz, mein Vogel heilhörte. Hier ist ein Alpharex, scheiße. Wieso ist hier ein Alpharex, Junge? Ach, dieser Heilboost, er ist so schön. Ich meine, theoretisch war die Ausbeute schon erfolgreich. Ja, wenn du dieses Ei haben willst, ich weiß. Gebt Weifern, nee, das ist für Nexus, der kriegt den Müll. Ja, natürlich. Hier ist mein Vogel wie das Scaff, Digga. Was soll der Scheiß? Und ich will da mit Blitzweifern. Ich will auch mit Blitzweifern. Hä? Digga! Hör auf, wegzuglitschen! Land einfach. Ich da unten lande, hier oben lande. Ist doch kein Vollidank, Alter. Also, wenn du versuchst, loszufliegen, kein Stick nutzen? Ja, ich nicht. Tu ich wirklich nicht, oh shit. Du fliegst dann immer direkt los bei dir, Digga. Ich drücke halt wirklich nur X. Weil du kannst auch immer auf der Stimme stehen bleiben. Geht doch. Ach du heilige Scheiße, es sind ja viele Drachen. Klar, es sind ja auch hier bei den Drachen. Wir fliegen einfach kurz mal den Umweg, ja? Wir machen auf die safe Nummer. Einfach safe. Ähm, dann bitte mich bitte nicht den Kanus. Hier sind drei Stück. Ähm. Ja. Das ist ein Giga. Giga, was machst du? Bist du dumm, der springt da rein. Ja, aber bitte flieg da runter. Das wird so geil. Komm, Giga, komm mit. Scheiße, Alter. Komm her, Giga, komm her. Gigalein, komm. Wie hat die Viecher weggefestigt. Komm her, Gigalein. Jetzt komm. Weiter. Ja. So, und jetzt schaff uns die ganzen Drachen vom Hals. Der ist immer noch auf uns gefokust. Hör auf uns zu fokussen. Geh auf die Drachen. Ich muss mal kurz aus Dauer tanken. Wie jetzt für der Giga weg ist, kann ich das ja tun. Jetzt habe ich wirklich jetzt wieder ein Giga gelegt. What the fuck. Warum höre ich ihn stampfen? Kommt er hier, schafft er es gerade hier hoch? Also er versucht es zumindest. Nee, er versucht gar nichts. Der steht da unten an der Klippe. Hör auf uns zu fokussen. Da ist ein Feuerdrache. Soll ich kurz mal den Feuerdrachen wegmachen? Ah, er kriegt... Ja, Feuerdrache gegen Giga. Komm, Junge. Warum wir? Ein dummes Mistvieh. Warum du? Ich will mich grillen. Warum du? Junge. Was willst du machen? Ich habe dich gepickt. Ich sehe nur, okay, der Drache fliegt zum Giga. Aber auf einmal kommt der in unsere Richtung. Was ist denn mit dem? Soll ich dich dem Giga zum Fraß vorwerfen? Nein. Soll ich die gerade killen? Nee, nee, nee. Hab ich damit nicht mehr... Ah, die kommen. Mistvieh. Ich hoffe, ich spürt euch. Komm her, komm, komm, komm. Nicht fliehen. Hör auf wegzufliehen. Du brauchst nicht, für mich zu fliehen. Ich mach doch gar nichts. Ich find's schon legal, wie die immer nur dich fokussen. Hör mir das fuckt voll ab, ey. Gott, ich flieg an die Oberfläche. Du bist bei mir halt nicht mal. Wo bist du? Wo bist du gespawnt? Da unten, oder was? In den Drachenleichen? Ich bin Level 98, Junge. Wie geil. Im Mädchen, du bist einfach im Giga gespawnt. Du kannst den Giga von innen heraus zerstören. Ja, ich bin unten. Bitte, Hilfe. Wo bist du da? Bei der Leiche. Drachenleichen. Folgt nicht für mich, wir folgt eine Spinne. Ah, da bist du. Jetzt ist die Spinne kaputten, was du jetzt machst. Die Spinne kaputten, nicht mich. Alter. Auch so ein Arschloch. Also ich find's ja schön, dass unser Vogel mittlerweile so stark ist, dass der die Grachen klatschen kann, ne? Da hab ich auch nix gegen. Hab ich kein Problem mit, muss ich sagen. Komm, ich hab tausend Füßer. Da hab ich auch nix gegen den Giga gespawnt, ne? Ja, du kannst auch gerne laufen, aber dann kommen wir nicht zu den, zu den Nestern. Ja, da hab ich mich einfach verletzt. Hast du grad Schaden genommen? Ja, hab ich. Warum? Ja, weil du mich wahrscheinlich ein bisschen unter dem Boden geräumt hast und damit die Glater hab ich verletzt, ne? Du bist so. Toll, das ist ja natürlich nacht, ne? Wir sind ja natürlich... Wir sind jetzt hier n Arsch. Wir sind jetzt n Arsch. Ja, wir sind jetzt n Arsch. Ja, wir sehen jetzt hier n Scheiß, wenn hier irgendwie Nester und Eier sind. Da ist n Nest. Ja, lass mich da ab. Ist das das Nest, das wir schon gelootet haben? Ne, da ist ein Ei. Ich glaub, das ist wieder ein Blitz... Ich glaub, das ist wieder ein Gift-Wivern. Ja, ja. Poison. Ja, scheiße. Egal. Besser als gar nix. Ja, was? Ja, was? Ich reg kurz die Ausdauer hoch. Warte kurz, lass mich schauen, wie ich das jetzt hier... 50. Weißt du. Aber ich hab auf 1000 hochgeskalt, alles gut. Ja, jetzt soll ich da voll gut sein. Ja. Ich mein, selbst wenn wir alle am Anfang nur ne Blinden... nur ne Gift-Wivern haben. Besser als gar nix. Ja, aber ich will trotzdem lieber ne... Ich will auch ne anderen. Alter. Die Seleks hier unten, ne? Ich sag dir, wenn wir beim Serverspiel reden, nix nicht so krass. Ne, das liegt an der Map tatsächlich und an Konsolen. Ach du Schei... What the fuck? Hä? Warum ist alles dunkel? Ich seh nix. Ja, nix. Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Erstmal in die Oberfläche, Digga. Was geht denn jetzt ab? Vielleicht weil es Nacht ist oder so? Die Kristalle leuchten nur, wenn die Sonne scheint. Ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne klapplicke Chili-Hose, Alter. Wo ist denn die Handschuhe? Ja, die sind dort, wo die Lieder hinten... Ich brauchst, ähm... Bei meinem Vogel... Achso, ja. Bei meinem Vogel ist... Wie viel Benommenheit? 100 von 700. Nix gut. Da vorne... Oh, da vorne ist ne Drache. Hä? Was? Wo? Die ist nicht ne Luftviele? Ich seh grad keinen Drachen. Egal, Digga. Ich hab keine Angst vor dem Vieh. Da misst du ihn. Ah, da vorne. Komm her, du Missit. Oh, da vorne. Ich hab' das ganze... Der ist geboten. Es ist geboten. Das ist geboten. Es ist aber ziemlich gut, wo er mit dem Drachen wahrscheinlich macht. Hä? Welche Drachen levelet wahrscheinlich dann ziemlich geil, ne? Ja, also jetzt hat der grad kein Level bekommen. Aber ich hab eben drei... Von den Viechern ja getötet, hat er acht Level. Und das... ...viech hat ziemlich viel... Feuer-Damage. gemacht. Erstmal brauchen wir den Sattel für das Vieh, würde ich sagen. Ich glaube, die kann man ohne Sattel reiten. Ich glaube, die haben, ich glaube, das recht. Irgendwann ich ja nicht mal überhaupt einen Sattel. Ich wollte gerade sagen, man kann ja auch gar nicht den Sattel hier erforschen, also muss man jedoch safe ohne Sattel reiten können. Sonst macht das gar keinen Sinn. Das ist aber stumm für die Welt. Ich weiß. Es geht sich auch näher wie ein Lichtpark, muss ich es sagen.